so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf mein kanal badaboom badabang ist heute angesagt eine neuheit von leslie für dieses jahr aus der pyro shopper serie sind vier bombenrohre alle haben einen unterschiedlichen effekt finde ich relativ schick die gibt es eigentlich überall zu kaufen ich habe die jetzt persönlich bei der feuerwerksvitrine gekauft 22 gramm hat eins immer noch ein zweites an ob das überall der fall ist nee das hat zum beispiel 23 gramm aber davon lassen wir uns nicht beirren wir zünden jetzt das badabang badaboom ich glaube ich habe das gerade anders gesagt naja egal so leute jetzt die badabang badaboom ich sag es immer falsch abcd gibt es hier das lagerfeuer das erleuchtet uns sehr gut ja und das steht immer noch immer noch immer noch alter krank das war jetzt wurde der letzte noch zwei länder zündet mit wahrscheinlich genau das sind unterschiedlich ja kann man sich durchaus kaufen finde ich richtig schön und ja aber ich denke mal die sind ein bisschen schwächer so als ähm big shots die Bis zum nächsten Mal.